Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal zwei Quickies. Warum? Erste Video geht um Cannabis-Aktien. Möchte ich kurz wieder mal ein bisschen vorstellen. Wieso und weshalb und warum. Und im zweiten Video wird es dann nochmal um die KI gehen. Auch hier haben wir wieder neue Werte fürs Trading erhalten und die möchte ich einfach mit allen teilen. Zunächst aber zum Thema Cannabis. Ich finde den Markt gerade sehr, sehr spannend. Der zeigt mir gerade eine tolle Reaktion, ein tolles Signal und das möchte ich mit allen teilen. Der Cannabis-Markt, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, der ist ja komplett ausgeblutet, wenn man das so sagen will. Von den ehemaligen Höchstständen ist nicht mehr viel übrig. Teilweise sind die Werte um 80, 90 Prozent zusammengebrochen. Und möglicherweise könnte jetzt eine Bewegung nach oben stattfinden. Fundamental glaube ich nicht, dass das gerechtfertigt ist, beziehungsweise fundamental hat es keine Substanz, warum das nach oben geht, sondern das ist meiner Meinung nach eher eine technische Reaktion, eine technische Bewegung, die wir hier sehen werden. Wenn man nämlich die ganzen Werte mal fundamental betrachtet, machen die ganzen Werte immer noch jede Menge Verlust, haben hohe Schuldenbeträge und sind deswegen eher weniger geeignet, sage ich jetzt mal, um die in ein langfristiges Depot reinzuwerfen. Aber kurzfristig kann es trotzdem eine tolle Gelegenheit sein, auf Sicht der nächsten Wochen und Monate. Und das möchte ich hier einfach in dem Video mal ein bisschen aufzeigen. Zunächst aber, wie immer der Risikoinweis, alles was ich hier wieder aufzeige und kundtue, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung und Restempfehlung und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Und heute würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze einfach mal ein bisschen im Browser an, in dem Fall wieder in Tradingview. Ich habe dann auch schon gleich den ersten Wert hier, beziehungsweise hierbei handelt es sich um ein ETF. Und den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Den gibt es leider noch gar nicht so lange, wie die ganzen Cannabis-Aktien. Der Hype oder die Entstehung ist ja erst ein paar Jahre her. Und wir sehen, dass der Wert extrem nach unten gefallen ist. Was mir im Moment eben auffällt und ganz gut gefällt ist, ich sehe hier hinten mittlerweile ein großes Volumen. Das werden wir gleich bei den einzelnen Aktien noch viel extremer sehen. Aber hier auch im ETF, hier haben wir richtige Volumenspitzen drin. Meiner Meinung nach wird da gerade umverteilt, eingesammelt, wie man es auch immer bezeichnen will. Wen sowas mehr interessiert, was das Volumen uns erzählt, das erkläre ich immer auf meinen Seminaren. Im November diesen Jahres wird es wieder ein neues Seminar geben. Wer Lust hat, kann einfach mal auf bayangold.com schauen. Da wird demnächst einiges zu dem Seminar eben online stehen. Auf jeden Fall kann man eben hier sehen, dass etwas passiert. Und hier im ETF sieht man das gar nicht mal so gut, weil das Volumen immer relativ niedrig ist. Aber wenn wir hier jetzt mal ein paar Aktien eingeben, nehmen wir mal Canopy Growth. Ich gehe jetzt einfach mal mit die drei größten Aktien in dem Bereich durch. Und da sieht man es eben sehr deutlich. Also hier fällt es extrem auf, was hier für extreme Volumen eben entstehen. Und das ist für mich ein Zeichen, hier wird es langsam interessant. Und wenn wir hier anschauen, wir kommen hier von Werte von knapp 60 Dollar in der Spitze und sind runtergefallen auf rund 50 Cent. Das muss man sich mal überlegen. Also die Aktien hat es richtig zerlegt. Die sind wieder auf Ausgabeniveau, sogar unter Ausgabeniveau. Da sieht man auch, dass die fundamental relativ wenig zu bieten haben. Wie gesagt, Gewinne erwirtschaften die ganzen Unternehmen in keinster Weise. Aber hier findet eben gerade etwas statt. Hier wird aufgesammelt meiner Meinung nach. Hier kommen riesen Voluminas in den Markt auch hinein, wenn man sich das eben anschaut. Und deswegen finde ich den Wert aktuell interessant. Ja, den kann man sich einfach mal anschauen, kann man mal vielleicht ins Depot reinwerfen. Chance Risikverhältnis ist einfach wahnsinnig gut. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal auch gleich noch auf einer kleineren Zeiteinheit an. Denn da sieht man es besser. Also hier sieht man die große Volumenentwicklung. Eigentlich hätte man da schon einsteigen müssen. Es ist selber an mir ein bisschen vorbeigegangen. Und wenn man das jetzt auf Stundenbasis anschaut, sich das Ganze, dann erkennt man hier wunderschöne Muster. Wir könnten hier sogar zählen nach Elliot Wave. Wer sich damit ein bisschen beschäftigt, so eine 1, 2, 3, 4 und jetzt die 5. So müsste eigentlich eine Korrektur kommen und in dieser Korrekturphase könnte man eben einsteigen. Das heißt, ich würde mir gerne wünschen, wenn es ein Wunschkonzert ist, dass der Kurs vielleicht nochmal hier so um die 55 Cent zurückkommt. Und hier würde ich gerne dann meine erste Position aufbauen und mal schauen, was draus wird. Außerdem hier weiter immer hohes Volumen bei den Anstiegen. Auch das für mich ganz entscheidend, was mir hier das Volumen zählt. Und deswegen finde ich zum Beispiel diese Aktie sehr interessant. Schauen wir uns noch ein weiteres wirkliches Schwergewicht an. Ich glaube, das ist sogar die größte in dem Bereich. Kronos müsste die, glaube ich, sein. Auch hier können wir eben Gleiches erkennen. Der Kurs ist komplett zusammengebombt worden, um das mal so auszudrücken. Extreme, ja, extreme Kursvernichtung oder Wertvernichtung. Dann hier unten jetzt eine lange Seitwärtsphase, die schon seit April geht. Die alten Tiefs sind nicht mehr unterschritten. Außerdem haben wir hier Unterstützungen von hier vorne erreicht. Der Wert ist auch so weniger stark gefallen. Hier ist aber das Volumen nicht so groß, wie wir sehen. Also hier hat es schon mal größere Volumenberge gegeben, muss man dazu sagen. Aber dennoch, wenn man hier in die jüngste Vergangenheit reinschaut, sieht man natürlich auch hier, ja, das große Volumen, das hier entsteht. Und das kann man natürlich auch wieder hier besser natürlich nochmal erkennen, wenn man auf Stundenbasis hier runter wechselt. Und auch hier sehen wir die wunderbare 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt sind wir eben in so einer Art Korrekturphase drin. Theoretisch hätten wir hier sogar schon wieder das erste Mal kaufen können. Und jetzt mal gucken, wenn der Kurs nach oben ausbricht, würde ich da sofort einsteigen. Die Pre-Market-Order, man sieht auch schon, also der geschätzte Kurs, wann die Kurseröffnung ist, der ist sogar schon da oben. Das heißt, da kommt scheinbar richtig Schwung in den Markt rein. Und das könnte ganz schnell höher gehen. Also die Marke wäre wirklich wichtig, wenn die jetzt nachhaltig überwunden wird, weil hier sieht man ja, das ist so eine richtige Bodenbildungsphase, die hier entstanden ist. Und hier kann ganz schnell mal der Kurs eben bis hier hoch gehen. Bis 2,35 traue ich jederzeit der Aktie zu, dass es dann da oben geht. Auf jeden Fall, auch hier sieht man, hier findet eine Umschichtung statt. Ich möchte aber noch einen weiteren Wert zeigen, der immer interessant für mich ist. Aurora. Aurora Cannabis, die hat mir in der Vergangenheit eigentlich immer am besten gefallen. Und auch die schauen wir uns jetzt mal auf Tagesbasis als erstes an. Und hier erkennen wir auch den krassen Abfall. Also das ist vielleicht der krasseste Wertverlust, den wir hier in dem Bereich haben. Die Aktie ist wirklich komplett kollabiert. Die ist komplett runtergemetzelt worden, muss man hier sagen. Das ist so ein typischer Highflyer damals gewesen in dem ganzen Boom. Und wie man sieht, ich habe hier schon immer wieder mal getradet und gehandelt die Aktie. Habe deswegen auch hier immer wieder mal was eingezeichnet. Und der Kursverlauf ist mittlerweile total flat geworden. Und auch hier können wir natürlich den Volumenanstieg hier hinten sehen. Der ist zwar auch nicht so krass wie beim ersten Wert, den ich vorgestellt habe. Aber dennoch ist er vorhanden. Und wenn man hier reinschaut, auch wieder aufs Volumen, da kann man es auch wieder ganz gut erkennen. Und auch hier haben wir die 5er Struktur. 1, 2, 3, 4 und die 5. Und nun in die Korrektur und jetzt runter. Und theoretisch könnte man hier eben mal versuchen bereits eine Position aufzubauen. Stopps unter die alten Tiefs zu setzen und einfach mal gucken, was draus wird. Das Risiko ist ja einfach super überschaubar. CRV ist natürlich bombastisch. Und wenn man überlegt, wo die Aktie herkommt, hat man natürlich hier ein tolles Potenzial. Fairerweise muss man aber auch hier eben sagen, für mich fundamental sind diese Werte alle nicht gut. Die machen alle Verluste. Keiner trägt sich hier selbst. Die Verschuldungsgrade sind extrem gut. Und charttechnisch ist das eigentlich der schlechteste Wert von denen, die ich vorgestellt habe. Dennoch handelt es sich hierbei um die drei größten Werte in dem Segment. Ich habe hier vor einigen, ich glaube mittlerweile eineinhalb Jahre oder so, habe ich mal ein Video zu dem kompletten Cannabis-Sektor gemacht. Das verlinke ich unten. Anschauen, ganz wichtig, denn dort zeige ich viele Cannabis-Aktien auf, welche gut sind, welche schlecht sind, wie die fundamental aufgestellt sind und den kompletten Markt. Ich kann es jedem nur empfehlen. Das Video ist immer noch aktuell. Einfach mal anschauen. Außerdem habe ich mir hier von Just ETF mal ein paar ETFs auf Cannabis-Basis rausgesucht. Und das ist jetzt zum Beispiel Rice Medical. Und hier möchte ich einfach auch zeigen, wie krass, dass hier einfach der Wertverlust ist von Cannabis und welche Fonds vielleicht hier interessant sind. Und jeder kann die im Fall anschauen. Dann, Hann ETF haben wir hier zum Beispiel dann noch, da ist der Wertverlust ein bisschen größer. Der ist sogar noch unter die 50% gerutscht auf drei Jahre betrachtet. Dann haben wir hier nochmal Rice Medical. Den haben wir ja gerade schon gesehen. Der ist eben bloß um die 50% verloren, mit Anführungszeichen bloß. Und das sind so die zwei Schwergewichte, sage ich jetzt einmal in dem Sektor und dem ETF, den ich da gerade aufgezeigt habe. Die zwei ETFs gibt es halt schon länger. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde wahrscheinlich Rice nehmen. Aber ich mag ETFs nicht so gern, wenn ich ehrlich bin, was das Segment betrifft. Ich würde hier lieber Einzelaktien kaufen. Die Fondsgröße ist hier absolut überschaubar mit 17 Millionen. Bei dem anderen ETF haben wir sogar bloß 12 Millionen drin. Also ich würde hier gleich Einzelaktien rauspicken, denn ja, ich denke, das ist die interessantere Wahl. Ich wollte einfach mal wieder auf das Thema aufmerksam machen, weil ich es gerade super spannend finde, was gerade an dem Markt los ist im kurzfristigen Sektor. Und wenn man sich überlegt, da hat es schon krasse Zuwächse jetzt gegeben, wenn man schaut, dass die Aktien zum Teilweise von 50 Cent her ja kommen und doch schon eine gute Bewegung wieder hingelegt haben. Der Markt ist gerade einfach heiß und ich würde mir den genauer anschauen. Vielleicht findet ja der ein oder andere was. Wie gesagt, das Video, das alte werde ich unten verlinken. Da habe ich ganz viele Cannabis-Aktien aufgezeigt. Und vielleicht ist ja die ein oder andere Aktie für den ein oder anderen dabei. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Ich werde jetzt gleich noch das andere Video zur KI aufnehmen. Und bis zum nächsten Video.